so hallo und damit herzlich willkommen zu einem weiteren spiel diesmal spielen wir pro toys oder protos oder wie auch immer man es nennen möchte und kann ich hier vielleicht bei options noch ein bisschen was einstellen in world nö cancel so das war es eigentlich auch schon und dann würde ich mal sagen legen wir doch einfach los wie auch immer das geht pro toys ich habe nicht wirklich eine ahnung was protos ist irgendwie was prozedural generiertes blubsen open world die scheinbar auf mich reagiert und offenbar können wir einfach wirklich nur mit der welt laufen in die welt entdecken ohne wirklich mit ihr zu interagieren okay das ist also gerade ich laufe also nicht in die richtung in die ich laufe sondern ich bin festgelegt doch ich laufe schon in die richtung in die ich gucke naja egal so protos ist scheinbar ein kleines entdeckungsspiel in dem man einfach nur in der gegend rumläuft und die welt entdeckt und sonst nicht viel mehr macht und die musik wird scheinbar aus der umgebung generiert und kann ich hüpfen offenbar nicht und ansonsten tun wir sonst nichts außer in dieser welt in der wir sind zu laufen und uns umzusehen und die schönheit dieser welt zu genießen die schönheit dieser feld zu entdecken und einfach ein bisschen abzuschalten die welt erkunden uns neugierig umzuschauen und uns einfach treiben zu lassen wohin uns diese welt auch führen mag wohin uns unser weg führen mag wohin wir uns leiten lassen wollen da war ja ein schöner turm und da sind ja kleine kaninchen oder etwas in der art da ist ein turm den ich mir einfach mal anschauen möchte ist es ein turm oder ist es ein porter ok da ist es einfach nur um sicher zu sein gehe jetzt dahin zack geht zurück schau mich um ok das scheint irgendwie ein porter zu sein einfach ah da hinten da ist der porter dann folgen wir nochmal diesen Pfosten durch diesen Sonnensumpf und laufen auf diesen Baum zu der uns zu einer schönen Lichtung führt und irgendwie zieht mich der Gipfel da oben magisch an allerdings werde ich nicht direkt den Baum äh den Gipfel erstregen sondern ich werde den etwas längeren aber weniger beschwerlichen Weg nehmen und hier den Berg besteigen vielleicht auf diesem Pfad diesen Berg hinauf und auf diese Kuppe die Sonne geht langsam unter und es wird Nacht der Pfad geht hier unten weiter und so stürzen wir uns in die Tiefe um diesem Pfad zu folgen der über diesen Berg führt mit F führt so der Mond geht auf der anderen Seite auf und da kommen wir ja her dann denke ich drehen wir uns wieder um und schreiten zurück verdammte Schatten so wir wandern langsam bedächtig und in aller Ruhe an den Bäumen die langsam ihr Blätterkleid verlieren über den Weg zu dem großen dunklen Baum und dieser T-Kreuzung da gibt es auch ein Haus das mir aussieht wie ein Wikingerhaus das wir nun langsam betreten wollen und nicht betreten können dann möchte ich zu dem großen großen Baum und ihn fragen Hallo mein großer Baum Kannst du mir eine Geschichte erzählen und der große dunkle Baum sprach also verließ ich ihn wieder um die Welt weiter zu erkunden die mir gegeben war umgeben von kleinen Glühwürmchen ging ich zurück zum Strand um die Insel auf die ich gekommen war zum Runden und mir einen Eindruck davon zu verschaffen welche Ausmaße die Insel angenommen hat und ob es hier irgendwelche Eingeborenen gibt Tjo Tjojo was soll ich noch groß sagen Proto ist es offenbar ein kleines chilliges Spiel bei dem es im Wesentlichen um das Entdecken und das auf sich wirken lassen von Landschaften und Flora und Fauna geht also Blumen und Gedärm also Tierwelt Gedärm genau so ich frage mich natürlich ob die Insel so immer weiter geht oder ob die Insel auch wirklich endlich ist da oben waren wir doch schon oder naja gut das könnte auch sein das wir da noch nicht waren das hier sieht mir alles noch sehr unbekannt aus auf der anderen Seite ist es natürlich auch Nacht und nachts sieht hier alles ein bisschen anders aus und so klein scheint diese Insel gar nicht zu sein wir scheinen im Herbst zu leben denn die Blätter der Bäume werden vom Winde verweht der Regen spült sie davon und hier haben wir unsere Reise begonnen in der Ferne glänzen Lichter und der Mond beginnt sich zu senken sodass im Hintergrund die Sonne aufsteigt und unser vom Regen durch nächstes Gewand zu wärmen beginnt und so schreiten wir weiter am Ufer entlang vorbei an den Blätter werfenden Bäumen den steilen Klippen und durch die blitzenden und platschenden Regentropfen und durch die Blätter werfenden Bäumen kommen wir wieder in den Turm der uns teleportiert hat und der in den Wolken verschwindet genau das ist der Teleporter mit dem wir ursprünglich in diesen Wald gekommen sind und wir laufen nun oberhalb des Strandes die Klippen entlang genießen die Aussicht auf das endlose Meer blicken hinab zu den Ufern und freuen uns über die Blümchen die hier wachsen vor lauter Freude vor lauter Freude jauchzend schreiten wir hinab zum Strand und umrunden weiterhin die Klippen an der Steilküste an der Steilküste bis wir schließlich wieder um die Kurve kommen die uns zu den Hühnern geführt hat und zu den Kaninchen doch wir folgen den Regentropfen und genießen ihr prickelndes Spiel auf unserer Haut während wir die nächsten Klippen anvisieren welche wir umschreiten wollen und um die Klippen anbieten und so kommen wir wieder zu unserem Ausgangspunkt zurück der kleinen Hütte im Wald von der aus wir begonnen haben die Insel zu umrunden mit dem großen Baum im Hintergrund der uns auf die Reise um die Insel geschickt hat besteigen wir den gegenüberliegenden Hügel durch gelbe Blumenwiesen und lassen unseren Blick andächtig in die Ferne schweifen verstellt durch Regen, Wolken und Wassertropfen so sehen wir in weiter Ferne erneut einen Teleporter auf dem Berge zu dem wir nun entporsteigen wollen um zu den nächsten Gefilden zu gelangen und dieser Teleporter war gar kein Teleporter sondern einfach nur eine Gipfelmarkierung die uns einen Überblick über die gesamte Insel zeigt und mit diesem Blick und der untergehenden Sonne verabschiede ich mich von ProToys einem kleinen harmonischen Walking Simulator der mich eine kleine friedliche Welt entdecken ließ die ich natürlich noch weiter entdecken könnte die ich aber auch nicht übermäßig strapazieren möchte ich bedanke mich jedenfalls für die Aufmerksamkeit wünsche euch noch eine tolle Zeit und auf Wiedersehen und auf Wiedersehen bei der sich die 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 die